Das sind die Zuschauer eines der stärksten 1000-Meter-Rennen der letzten Jahre. Das wird ein richtiger Hingucker werden mit Patrick Zwicker. Das ist der Geheimverband für die 800 Meter in den nächsten Jahren. 1,46,04 im letzten Jahr. Die E-Mailung ist 1,46,25. Er könnte also dabei sein. Andreas Erne hat sich wunderbar ein bisschen in den letzten Jahren. Und natürlich Julio Cescari auf allen Schritten zu Hause für ein 8-Hinger-Rennen. Und der Nummer als Selbstverwählen seit der Geschichte der 1500 Meter 3,33,33 gelaufen ist. Klatschen wir rein, die Jungs. Der Tempomacher muss ein bisschen ruhiger gehen. Und da sind sie alle schon vorne an Position 2. Geht es feier, dann Zwicker, dann Lange. Was können wir heute laufen? Und sie sind voll fokussiert auf dieses Rennen. 56,3. Jetzt geht es feier nach vorne. Der kann gar nicht ruhig laufen. Der muss angreifen. Und Andreas Lange geht mit. Der junge Mann, der führte der U23-Euro-Meisterschaft. Um wenige Hundertste hat er da die Chancenregalien verpasst. Aber hier ist ein guter Lauf der Bayern-Spezialisten. Der erste Mal unter 1,6 und 13. Und Baden-Szwicker kommt hier auch. Das letzte Mal in der Durchbau für Tesfaye. 1,3 und 2,3. Tesfaye. Dann Havid Vermessert. Dann Havid Vermessert. Dann Havid Vermessert. Das sind die ersten Punkte. Tesfaye von vorne mit seinem typischen Schritt. Und hier fangen wir jetzt an. Was können die 8-4-Meter-Spezialisten da noch? Tesfaye. Wo wir das Fahre, dann und deshalb. Jetzt kommt Timo Pines noch. 800 Meter Durchgang. 1,50. Also eine Timo Pines da hinten. Der fünfte im U23-Euro. Timo Pines, jawohl. Und das war's heute, meine Damen und Herren. Timo Pines gut unter Tesfaye. Totalremde. Timo Pines. Timo Pines. Timo Pines. 2,16. Noch was. Liebe Zuschauer, der Tierkont ist ihm nur zwei Sekunden vom Messerf Chucken. Nochmal Fosad...